Liebe Mama, ich schreibe dir auch jeden Tag, wie versprochen. Bitte, Mama, gib mir ein Zeichen. Ich bin stolz und fühle mich sehr geehrt, dass ich eure Kinder unterrichten darf. Shana verlässt uns, geht auf die Musikschule. Musikschule? Was? Oh, komm, lasst sie. Sie hat Schiss. Ich hatte am Baum meiner Ahnen einen Traum. Im Traum nannte ich die Wölfin Ayana. In unserem Volk heißt es, dass die Seelen unserer Verstorbenen in der Gestalt von Tieren zu uns kommen. Deine Mama versuchte, eine Botschaft zu senden von der anderen Seite. Musik Und liebst du deine Mama? Dann lass sie los. Eines Tages. Musik 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 Und schick es Ayana, du hast alles zu achmacht.